Hallo zusammen, mein Name ist Maria Wasitsch, ich bin Kauffrau Lernende im dritten Lehrjahr bei der DORMA CABA Schweiz AG. Ich bin die Chrissy Montenaro, ebenfalls Kauffmännische Lernende im dritten Lehrjahr und heute zeigen wir euch unseren KV-Alltag. Kommt mit! In der DORMA CABA Schweiz AG erlebten wir während drei Lehrjahren sechs verschiedene Abteilungen. Zu der administrativen Arbeit gehört Scannen, Drücken sowie Sitzungen vorbereiten dazu. Ich habe mich für DORMA CABA Schweiz entschieden, weil ich in einem internationalen Umfeld arbeiten wollte und in einem Grossbetrieb. Was ich am meisten schätze, ist unsere DuBkultur. Und man hat immer wieder etwas zum Lachen. Dieser Zusammenhalt mit den Lernenden und dem Team ist unter anderem ein Grund, weshalb ich jeden Tag hier gerne arbeiten komme. In der DORMA CABA hat man die Möglichkeit, unsere Empfangsdamen an der Rezeption zu ablösen. Man wird während einem Monat von ihrem Gut eingeschult. Man nimmt Telefon ab, betreut Kunden, bucht Sitzungszimmer und verteilt Parkplätze. Im KV übernimmt man viel Verantwortung, was einem gut für die Zukunft vorbereitet. Was ich mega cool finde, ist, dass man die Möglichkeit hat, nach der Lehre in Betrieb zu bleiben. Was ich mega cool finde, ist, dass man die Möglichkeit hat, nach der Lehre in Betrieb zu bleiben.